Der war rechts, der war rechts Mach dir Sven, tu es! Wollt ihr in deinem Weg? Ja wo ist Sven? Ja Sven! Jaaa! Arve-Selfen, Arve-Selfen Wo ist sie, wo ist sie? Fein willst du Arve? Muss ich noch? Auch noch einen wahrscheinlich Wie sehe ich denn das? Geht's auf deinen Namen? Also auf dein Bild? Wann steht der Skillgruppe ausgeblendet? Oder gehst du einfach drauf mit der... Gut. Vier Sieger? Ja Nuke, jetzt war er etwas mit uns gespielt Ja... Stört mich nicht Mich wohl Ach, nimm mal Nuke raus auf Ihren Bruder Nuke ist bullshit Nuke ist trash Wenn Nuke kommt, ich mach mich nicht bereit Da kassiere ich lieber eine Sperre oder so Fuck auf Nuke ist die neue Meta Hey Nuke, ich raus will am Kuss Der hält Warum packen wir nicht Dust, Train und Inferno rein? Und Vertigo Oh die Arsch Das sind doch die Maps, wo die ganzen Noobs rumlaufen Inferno... Inferno geht eigentlich sogar voll Aaaaaaaaaaah Ehehehehe Mirko, da spielen wir beide nochmal Vertigo Mirko wär's mal dabei gewesen, als wir jetzt in Inferno gespielt haben Wie hat haben wir da verloren? 15-3 oder so? 16-3? Das letzte Mal haben wir glaube ich 16-0 verloren Warte, ich kann ja auf das Nest gucken War das die Runde? 16-0? 16-4 16-0 hatte ich auf Vertigo Vertigo, da war ich nicht dabei Ja, Vertigo ist auch trash Vertigo ist auch beim Wingman trash Also... Ich fand Train aber bei Wingman ganz lustig Train geht voll, ja Mir guck mal im Matchmaking musst du dir vorstellen, Vertigo ist dann doppelt so viel Schmutz Weil, hat noch einen Spot mehr Jaja, ich weiß, ich weiß Doppelter Schmutz Aber eigentlich Eigentlich war ein Sieg, ey Fünf Nieder lang hintereinander und jetzt wieder ein Sieg Geil Ist doch geil Ja, das liegt alles an mir, weil ich mitgespielt hab Ja eben, spürst du damit Ja? Na du lass Also meine beste Waffe ist immer die AWP Besser Kamerad und wieder Fight Juhu Aber Overpass Siegesratte 51% Aber Overpass Siegesratte 51% Passt eigentlich, 16-14 hat er auch grad gewonnen Passt ziemlich gut Ich guck mal hier bei mir Beste Map ist immer noch Apollo Wolf für unser Trainingsgame Beste Karte Overpass Bester Kamerad Wolfi Juhu Beste Waffe die SG Dann die MP5 Und dann die AK47 Dann die M4 Oh, ich bin mir so unsicher Ob ich die normale M4 wieder rausmachen soll Und die Schalldämpfer M4 reinmachen soll Ich denke mir immer so, die Schalldämpfer Kannst du immer wieder abschrauben Ja, aber die machen trotzdem weniger Das ist die normale Dann würde es kein M4 unterschiedlichen Waffen geben Wenn das sei Boah, also seitdem ich den Pass habe Drei Siege, neun und Niederlagen Ja Geil 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 Erstmal selber Ritzen Gleiches Ergebnis Ich bin wieder blau im Team Kuss an den Letzten Ich hoffe wir gewinnen die Runde einfach Nein Ich nehme den Kuss zurück Einfach für den Bann Ja, ich kriege das aufgetreten Mirko noch nicht die Bannwelle für eine Woche Alter Wie Rache ist das denn gar nicht? Ich bin noch ein D-Rack reingedrückt wegen der Map Oh Mann ey Gerade bei Rang schon kein Bock Aber ja Geil wie man Bebessler als Boardwrestling Wer? Der Bot Der Bot 0-2 Aber wir haben schon Hoffnung Dass sie einen übelsten Loob drin haben Ja der Bot ist auch ein Loob bisher Vielleicht haben die auch noch eine Bots drin Also grün ist auch ein Loob, der ist auch afghan Puff hey Samarobackfisch Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Warte guck dir mal die Ränge vom Gegenteam an Also vom Level her ne Das kannst du mir nicht erzählen Orange ja Okay Ja Stattest Campt hinten im Spawn Das sind Smurfs Die Schuhe Die Schuhe Die Hater wollen immer mehr Arsch spielen Ja Pass auf Pass auf Links eine Anzeige Mit gewinnst du die Runden Ja Geil 7 Ja ich auch Geil Aber ich hab null Aber ich hab null Ja ich hab auch null Das gilt nur für mehrere Arsch Ah ok Bisschen Arsch Schreibts nicht ansonst Wo gehen wir hin? Verzögern Dann brechen die nicht Jetzt Ja ich geh mit dem Fight Mittel Dann machen wir die weg Oh warte mal eigentlich ist das dumm Mit ner Glock um USP zu piken oder? Ja aber die haben auch nichts Au, er hat mich angeschossen Ja da bist du ja Auf einen Nichts Au Was war das denn? Jetzt auf einmal kann er was In der Aufklärerrunde nicht Nee der kommt grad immer auf was Einer schockt Huh Vielleicht hab ich nie gespielt Schießt nicht Du wärst halt so easy peasy geholt Ninter mir Ninter mir Gute das er schockt Gute das er abgenutzt Gute das er schlecht ist Gute das er schlecht ist Hä wo sind denn ein Teammates hin? Hier war Hier Die Hälfte davon ist mit der Mitte gegangen Ich muss nur rechnen Wenn du für jeden 3 verlierst Da hast du immer noch einen am Ende Ein Leben Ja aber sollte ich mir 3 Schaden machen? Ja die machen halt nur 3 Schaden Weil die schließen da ja einfach alle aus Versehen in kleinen 10 Das sag ich schon Ja ich glaube nicht Es war letztendlich mal gekauft Ich hab mich einmal getroffen Ok das war jetzt Du weißt du leg mal eine Awe Ich kauf mir die Geld Ich kauf mir die Tag Ich kauf mir die Tag Ist nicht Was meinst du denn? Oh Was dann? Erstmal mal die Tige wieder aufheben Ist der natürlich der beste Internet Der ist der eigentlich wieder mit dir spielen muss Alter What on earth? Nein Alter Ich hasse scheiß Pistolen In der Fission sind so Schmutz Ich kann uns einfach drauf ein Ich geh wieder mehr Acht zu spielen Ich bin nicht mehr für die Schmutz Ich finde nicht so eine Map League Also die Gegner sind ja Machbar eigentlich Ja das liegt auch nicht an der Map Obwohl die Map schmutz ist Aber die Leute die die Map spielen wollen Willst du sagen ich gibt Schmutz? Äh Sven? Ja Essen wir heute Abend Da nicht irgendwas Weißt du was? Äh ich hab keine Ahnung Hm Haben wir noch Pizzen? Äh bestimmt Boah ich muss noch eine Pizza machen Ich hab nur Salami Pizza Es ist immer wert Oh ich muss noch eine Pizza machen Ja ne Ich hab mal eine Pistole wieder fallen lassen Ist B clear? Ne Da hinten ist einer in dem Fenster Ich will trotzdem blenden Kann ich blenden? Ja ja blenden kannst du Haben die alle gegen gekauft? Ich hab nur eine MP gekauft Warum? Tito Ja ich hab auch schon gekauft Ja ja Ist eine gute Runde oder? Mhm Ja ok Nein Einer kann noch nichts Ja der blau kommt schon hin Einer Apparment? M4 Sieht ihr meinen Kopf? Ja wo ist das kann er das ja? Aua ich brenne Ich hab jetzt hochgeholt aus Versehen Du kannst nicht sagen du brennst wenn du noch 100 Leben hast Ja Ich hab zwei Nerven verschenkt Ja so nimmt man dann aus Versehen weg Nerven Verschenkt Geil Geil Ich weiß was wenns macht Unsere Fuchspfote ist auch nicht so krass drauf heute Fuchspfote 473 Ne Ne Er heißt Foxpaw Ich flash Aufpassen 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 Hab ich da die Wand angeguckt Oh Ah Nö Wo 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 Ne Hab ab Hab einen geholt Backfisch hab ich geholt Sind da Ne von Bibi? Backfisch? Ja Achso Ich weiß nicht wo Pooface war Pooface? Ah ah Pooface Ah dann hab ich gestorben Bin tot Wo bin ich? Aufhie ich bin ja nichts ich bin ich hab das mal gehabt vom reitenmuseum hat man die alles gut ich hoffe jetzt was willst du haben äh ak Das Telefon klingelt, scheiße. Mirko, lass du diesmal durchklingeln. Äh, yes. Ja, ihr wart gerade weit auf dem Show. Wir wollen nicht zusammen, aber... Oben und unten. Nee, nee, nee. Kein. Wir gehen da gleich ran. Ich seh nur, André. Just saying so. Ich seh nix. Mama, ich bin so blind. Mama. Ich flasche auch noch mal rein. Ich flasche auch noch mal rein. Ah, ich bin auch blind. Ich flasche auch noch mal rein. Ich bin schon wieder blind. Sorry. Ah, fight jetzt. Was? Ah, ah. Ah, man da kommt. Hier oben ist rechts. Oben ist rechts. Alle drei, die draufgeschossen. Einer war rechts unten, Sven. Ich stecke über dir, weil ich so geil bin. Ach so. 2 Mitte. 3 Mitte. 3 Übergang. 3 von rechts, Sven. Ja, das kann man auch von rechts. Das ist lau. Nicht wirklich lau. Ein bisschen lau. Nein, da war schon richtig. War schon richtig, Sven. Mach den rechts. Mach den, du bist. Mach den, du bist. Mach den, du bist. Ja, wo ist Sven? Ja, Sven, Sven. Ja. Arbe safe, Arbe safe, Arbe safe. Wo ist ich, wo ist ich? Ich hab doch die Arbe. Fight willst du Arbe? Hä? Mh, mh. Warum hab ich mal die Bombay? Hier, Sven. Willst du keine Arbe haben? Zeit, 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 Zeit. Gib schnell, gib schnell, gib schnell. Nein. Nein, nein. Da tauschen sich mit. Ha, ich bin zweit weg. Ich pieke mal mit. Mal gucken, wie schnell ich tot bin. Nein. Ich pieke lang. Mal gucken, wie schnell ich tot bin. Oh, ich hab mich getroffen. Ich kann jetzt mal nicht fläffen oder smoken. Äh, niemand ist in der Mitte. Ich versteh es nicht. Hö, einer unten. Scheiße. Unterholz. Unterorange und einer ist braun. Immer noch unterholz. Auch hinter mir. Das wäre der Time. Genau. Ich hab mich getroffen. Einer kommt zuerst von Mitte. Ja. Ja? Da? Da? Einer kommt von Mitte. Und einer ist braunseite. Bitte komm da hoch. Und den hast du gesehen. Der ist oben. Er ist oben. War oben. Ja, okay. Sven springen da rüber. Und dann jeepst einfach rechts die Ecke weg. Oder rechts die Ecke steht jemand. Nein. Nicht darüber. Warte, warte. Hä? War das oben drauf? Ja. Ich weiß nicht. Nee. Ich hab' den hier platzieren, ne? Nein, ich hab' den getroffen. Dings hin. Nein, ich war abdrückt! Ah, fuck. Ja, na. Na, eigentlich genug. Das wäre ein Aim-ser gar nicht. Ist eigentlich voll gut manchmal. Also. Manchmal schon. Ja, manchmal ist man so gut. Manchmal bis zu meinen Minuten, wo ich... Nee. Nee, grad neben das war echt clean. Der Schuss. Das war krass. Das war krass. Jetzt machen wir eine ab. Die weggeflexet die Ding gerade. Ja, das war krass. Velo hätten wir auch hier... Ja, ja, wenn wir die alle mal so wegflexen sollen, wie das jetzt gerade. Hm. Da wären wir bestimmt die Unterhausen-Mafia gewesen. Das Ding ist halt einfach... Ich flasche einmal ab. Ich weiß nicht. Ich bin blind. Ich bin CS einfach besser als in Velo. Ich fühl mich in CS noch wohl als in Velo. Sehto. Aber vielleicht kommt das... Da hin, ich war was. Aufpassen. Yes. Ah, eins. Wenn ich im Fullflash bin, bin ich wieder tot. Ah, bitte Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hab's nicht gesehen. Smoke City? Ah! Ich hab's spawnen. Bin mir auch nicht ganz sicher. Smoke City durch. Na! Wer, wer, wer spielt denn so? Eine City. Er ist links close gewesen. Wo kam, wo er jetzt ist. Geil. Mir wurde dahin. Geil. Oh, damn. Will er noch mal haben? War das letzte Runde für mich, Jungs. 80 durch. Na, diese Schmierkurs. Auf dem Boden. Alter. Puh. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Mit dem, mit dem Lachs. Ich hab ruhig sagen können, dass der jetzt blieb. Wendow hat ein 26er von mir. Ich hätt da noch mal weg. Ja, ich hab's gut. Ich hab' nicht vergessen. Oh, oder? Oh, Loll. Krass. Links bin. Also. Wenn man mit dem HP Sprint verzielt in der Luft, ne? Ist das genau oder nicht? Hm, glaub' mich, ne? Grap' mich, ne? Grap' mich, ne? Hey, links von mir. Ich hab' das sechs Leben, ey. Weinkeller oder oder hier von Mitte aus wenn er kommen Ok Brauch ich oder? Jupp Geil, das war ich Lauf! Lauf, wer ist weg? Stich! Lauf! Ich hab das gekriegt Aber Geil Wie jeder einfach Angst kriegt wenn Veit sagt Stich 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 Gar ich hab ne Flash aufgesammelt Äh weg mit dem Schmutz Die ist doch gar nicht bei dir Also schon bei dir Aber hast du doch gar nicht Versoh ich Boah Sven nee Du hast diesen Poo Face Sven, das war nice Wolle ich wahrscheinlich aufs Mauluk kommen dadurch Sven 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 Ah, da stehen mindestens zwei Hat mich durchgemütet Ah Null Bench Durchgehend gemütet gewesen Ja, ich weiß mal hier Ja, bist du Ah Mach eine Achtung Ach fuck Nach Mensch, ich werde ich ihn geflasht Mach mich raus, bitte Poo Face Ah Okay Ich weiß, bauen Seite A Ja Einer ist an Spot Von A Eigentlich können wir echt notieren, oder? Naja Okay, 3 sind A Müsst aber schnell gehen Na ja Bist du so ein Leben, Sven? Ne, ne? Fuck Ich bin tot Poo Face hat mich geholt Poo Face hat mich geholt Ach, zu krass, diese Poo Face Ah, hier wurde ich aber nicht hin Laufhin, lauf Laufhin, lauf Also einer war vorhin, äh, links bei den Säulen Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Einer bei Auto. Hater die bei Auto. Ja. Die Fuchs-Hotos. Geil! Gut, du hast Zeit verschafft. Habe ich den noch mitgenommen. Ah, nice. Reicht's. Reicht's. Geil, Fett. Alles getan. Alles wird nur lieber. Geil. Jawohl, bist du Spieler in deinem Gesicht. Das wäre dann auch schon. Verdammt. Alter Sven. Ach, Kates. Was ist los mit dir? Ja. Ich bin der Spieler in deinem Gesicht. Ah, du kannst wieder kein Deutsch sprechen. Wohin gehen wir? A, B, A, B, A, B. Mir kommt er her. Mir kommt er her. Mir kommt er her. Mir kommt er her. Mir kommt der Krasseste von einem. Ja, der kann die Bombe. Jetzt der Anik geht her. Ich hab die Dritte einfach um. Geh nach A. Vielleicht schon mal auf B. Mir kommt. Alter, Auto, 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 Auto. Stopp. Ah. Wir springen aus dem Fenster. Im Shop ist noch einer. Plante. Auto. Im Shop war noch einer, oder? Ja. Wie meine Leiche an der Wand steht. Habt ihr noch nicht geplantet? Doch. Im Auto noch irgendwo. Im Shop. Hab ich nur nicht verbaut. Geil. Geil. Shop down. Du siehst noch. Oder ne, was du feilt. Ich schätze mal mit dem Auto hin, oder? Ja, da steht in der Smoke drin. Reine Pussy. Ha. Jawohl, die sterben, Jungs. Zieht mal durch da. Ja, das wäre nichts mehr. Hüpfen. Ha. Holy moly. Dieses andere Dings. Manchmal. Da frage ich mich echt nicht, warum Leute denken, dass ich 12 bin. Aber egal. So, Janet. Jetzt müssen wir 15 Runden gewöhnen. Ja. Da machen wir. Weißt du, seitdem ich ranked bin, ist Sven auf der Klasse der Frunnen. Ja, jetzt muss ich aufholen. Aufholen. Wenn du höher gerankt bist, als ich fehlt, dann wieder. Oh Gott. Also da ist auch ganz komisch. Habe ich? Sven ist noch der Schäfer? Oh, Mirko, das haben wir nicht gehabt. Wen hast du jetzt an der PC gesetzt? Rito? Äh, der, der, das Poopface ist irgendwo in der Schott gegangen gewesen. Ah, das ist toll. Poopface habe ich hier, genau. I guess. Hinten bei diesem Mark-Ding, am Window. Sven, Lenn? Ja. Ich Mirko. Also äh, Mirko. Ah, ich kann nicht fänden, ich kann nicht fänden. Äh, Rito. Ich auch. Lächerlich. Box pro grad. Shit, 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 shit. Oh Mann, ey, scheiße. Mach's das, Sven. Du musst noch drei Kills machen. Einer war spawnen. Ja, den hab ich gesehen. Faut mal hin. Ah, fuck, Mann. Ja, halt easy. Was ist ne Art? Hab ich nix gemacht, hätten die auch gewonnen. Ach. Scheiße. Ja, ich hab irgendwie nicht... Das ist schon mal leid. Ich hab irgendwie nicht erwartet, dass der da hält. Wie dieses... Wie dieses... Wie der Bild unscharf wird den Kaufmilieu und ich trotzdem... So ne, so ne Bombe vom Super-Sing. Hat der die A mitgenommen? Nee, ne? Äh... Keine Ahnung. Bestimmt. Ich mach kurz Chaos auf A. Aber... Ich geh, ich geh mal B. Also unten, dieses Weinkeller-Dings da durch. Mhm. Mach ein bisschen Action von der Mitte. Falls es okay ist. Ja, ja. Die Flascher machen. Ich hör irgendwas. Irgendeine Wallbank bei B. Genau über mir grade. Und bei mir rechts im... Im... Im Connector ist noch was. Bleibes durch. Wäre schön, wenn... Wäre schön, wenn ich mal gucken könnte. Och, hab ich gechockt. Ich hab ihn nicht getroffen, angeblich. Okay. Zwei Meter, zwei Meter, zwei Meter. Schöne Zeit, schön, Sven. Nein! Alle mit. Geil, Sven. Tschüss. Jetzt bleib einfach schön in der Ecke. Bombe ist geplattet. Easy. Na, was läuft er? Sven? Nooo. Sven, sei schön. Sven, Sven. Geh die Ecke, geh die Ecke. Geh die Ecke. Sei schön. Ist der? Nee. Den bleibt Sven. Lauf. Ja, ist egal. Lauf, 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 lauf. Lauf. Ja, ist egal. Lauf, 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 lauf. Jau. Beste Spielergruppe umgelegt, Jan. Danke, Willi. Loll. 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 Was war das denn? Loll. 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 Geil. Das ist ein krasser Fight. Ja, voll ist krass. Das stimmt. Er heißt Pooh-Faced. Was soll ich denn die Augen waschen? Loll. Loll. Eine Fniff geht durch. Loll. 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 Er ist runter. Stepped. Loll. Also dort habe ich meine Granaten gefressen. Oh ne, bitte nicht! Okay, direkt da. Habe ihn aber fast gekillt. CT. Leute, wieder ein Speedrun. Oh, du hast überlebt, ey, geil. Ganz sehr nachdenklich. Ich will nochmal A machen. Dann mach ich mit K auf B. Okay. Na, ich biete einen seit Mitte. Ich gebe einen Keller und verarsche die dann. Bei einer ist nur Sangenfeld und macht das. Okay, das war krass. Der Puffer ist wieder. Ich habe was in der Mitte. Ja, wir Connector hat gerade jemanden geslappt. Ja, eine vor dir und eine hinter dir. Ich will nie wieder entscheiden, wo wir hingehen. Okay, zwei von Mitte. Boah, das ist schlecht. Manchmal könnte ich echt meine Maus essen. Dreier kommt von rechter Seite aus. Okay, die letzten beiden sind von rechter Seite aus. Ja. Geil. Einer noch. Habe ich. Okay, das nächste Mal erstmal auf den Easy Shot. Den rechts. Der Puffer ist erstmal bei euch krass. Echo, Sven legen. Echo? Ich kann auch legen. Ja, jeder kann legen. Hätte ich was bezahlen? Oh, Sven kann auch legen. Aber wir sollten nicht echoen. Ja, ich sag ja nur, dass ich legen. Ich will noch viel wahren. Geld. Hätte ich gekauft, Janik, ne? Ja, danke. Ja, Sven. Ja, ich hab gar kein Skindro. Es ist wirklich so. Aber der EG war vorhin auch ein Skind. Ja, ich hab vorhin auch ein Skind. Äh, gemeldet. Ja, wohl gemeldet. Was? Das Melt-By hat mich gemeldet. Ja, das tue ich auch gelegentlich. Aber hier hab ich ja vorhin so one-tappt im Winter mit so einer AWP. Das war vielleicht einfach nicht... Das war ja nicht so cool. CT habe ich. Ich versuche einen Plan zu gehen. Yodo. Ich glaub. Connector. Zwei. Da kann nur Raum stehen und er vorgesprungen ist, idiot. Einer ist Mitte. Ja, okay. Connector. Mann. Das ist 39. Sven, ey. Geh. 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 Ich hab noch 5 Leben. Wer will wohin? Ich geh da, wo Poohface nicht ist. Ich weiß noch nicht. Ich geh aggressiv auf A. Ja, ich geh erst B, komm. Unser Random steht noch beim Spawn. Und ich bin alleine bei B. Geh. Ich hab Steps bei B. Ja, B. Ja, ein im Haus. Ja. Zwei beim Haus. Wo Sven ist es? Let's go, Sven. Okay, den einen hab ich nicht geholt. Drei beim Haus. Und die haben mich. Oh cool. Poohface ist da. Poohface ist da. Lächerlich. Lächerlich. Einer geht, glaub ich, Mitte. Ich bin da unsicher. Ja, Poohface mit hier Double Barrett. Sie kommt hier noch nicht so. Komisch. Hm. Wie ist denn die Waffe so? Ist sie gut auf Nahkampf, gut auf Fernkampf? Wie ist denn das? Das Dörfgeschroff in Variante der Pistole. Gut. Okay, geil. Der Ende ist bisschen schwierig. Ja, ich meinte, du bist halt krass für 3 mehr abgabend. So, dann kauf ich jetzt mal eben. Ich kann auch schon, ich kaufe jetzt aber auch schon, weil ich hab ganz viel Geld. Ja. Ah, fuck, wieder mit seinem Real Life Geld. Im Real Life hab ich nicht viel Geld. Ja, ich werde raus. Geil, dann pick. Fuck, Sven. Messer an die Hand, da bist du schneller. Hab ich schon. Okay. Dann durchspringen, dann... Ah. 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 Nein. Ich hab da immer gebrannt. Ja. Na, Gerv. Hallo. Na? Connector. Connector 1. Hä, von wo? Good job. Von wo ich geholt. Ich von hier, ne? Ah, ja. Hä, warte, ich hab von O gewonntappt und ich weiß nicht von wo. Mittelsaktuell frei. Ah, vom Connector, oder? Der Connector ist frei, eigentlich. Ich hab von hier. Du bist nicht. Hä, warte mal, der hat mich geholt, oder? Du bist schon tot gewesen. Hä? Ja, die hab gewonnen, ohne dass ihr uns gebrauchtet. Krass. Ich hab auch einen gemacht, Sven. Was soll das heißen? Ich hab gar keinen gemacht. Ja, aber ich hab einen gemacht. Zwei gemacht. Der Connector hat mich fast weggemeldet. Der Connector hat mich ab zu weghauen. Dann lass ich den Kill machen. Fisch. Warte, ich hab drei Kill. Und dann brauchst du ein Punkt mehr als Mikro. Wieso ist Mikro eigentlich ganz unten mit zehn Kill? Ich weiß nicht. Weil ich, äh, pump, äh, nur weil ich, äh, die ganze Zeit hier, äh, Bomben plante. Smoke in der Mitte. Fehlt wahrscheinlich wieder da. Eigentlich irgendwas. Bei mir ist auch jemand. Ja, die gehen auch. Ich könnte Hilfe gebrauchen, bitte. Connector? Hab ich ja eben geguckt, das kann nicht sein. Bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Einer ist über mir. Einer ist über mir. Der andere ist auf links. Fuck off. Oh, komm. Fache ich. Ah, ich bin's nachladen. Ich bin kacke. Ha. Oh man, ey. Gut. Einer ist direkt bei der Sven links. Einer ist direkt links. Ah, zwei sind da. Einer unter Holz. Einer ans, und einer ans Bot. Und den hast du gesehen. Nicht durch Wallbank. Eigentlich schon. So. Das war Leier-P. Ah, schade. Whatf. Schmutz. So Sven. Sven. Ja. Du musst fight und mir liegen. Echt jetzt? Oder wir machen Echo. Nee, ich kaufe euch was. Oder? Nee, wir fighten mal. Was sollt ihr haben? Nee, einfach fight und mir liegen. Was? Die, fight? Sven soll einfach loskaufen. Aber ist das zu, Genauso? Doch. Sicher? Ja, aber du brauchst auch wieder 10 Minuten. Guck mal kurz. Ah, jetzt hab ich keine Russen gekauft. Ah. Oh, hab fast geneifed. Einer macht Pre-Fire auf B. Oder wie sieht's aus? Einer ist auf B, das heißt aber nicht. Okay, zwei auf B. Okay, einer auf B. Einer ist auf B. Einer ist auf B. Einer ist auf A. Oua! Ist der tot bei A? Ja. Einer ist Apartment in dem... Da! Scheiße, Apartment. Linkes Fenster. Scheiße. Aber der hat die Bombe nicht. Dann guck ich nochmal bei A. Egal welche Sicht, ich hab ich sehen. Ich hab drei Sichten, alle drei Reißen, App 4, A1 vom Cookie. Hehehehe. 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 Oh. Geil. So. Ach, fuck. Ich hab keine Rüstung gekauft, so. Ich hab die weggeflext. Oh, geht. Muss ich immer noch was haben, oder? Nö. Ja, mehr Kills. Check mit dem. Komm mal, die. Mann. Ja, ist doch keiner los. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Geil, Negev. Ich brauch Hilfe. Pfff. Connector. Sorry, mir kurz. Okay. Wir sehen nur Schritte und decken mir geil. Ja, alles gut. Oh, ne AWP. Einer durchgelaufen? Das ASP. Oben, äh, Hotel, das AWP. Oder wir haben das heißt Apartment. Komm, das ASP. Aber die ist low. Ja. Die ist immer noch da. Und der hat mir genau ins Gesicht geschossen. Dann willst du dich böse. Bieg dir einfach nicht. Bieg dir hoch. Okay. Sven, nein. Geets! Die war da. Die war da. Er ist low. Also, 6,6 von mir bekommen. Wo war der? Oben drinnen, oben drinnen. Oben drinnen. Villa. Ja. Herr S inventory. Ja. ład. Wacken aufzuheben. Was ist das für ein achievement? Wрен. Wacken auf. Ich wollte noch planten irgendwo, aber es ging nicht. Was jetzt haben wir zusammen. Rein, warte wir sind Verteidiger. wenn du sie bombe planten ja das ist dann so ein komisches geräusch ja ich hab ich mach mal die äh eine türklappe kaputt oh vor window der connector er sagt jetzt alle wieder B gehen die gehen immer dahin wo ich nicht bin B? sind die B oder A? ah A ist auch einer der B ist bisher nix der B ist gar nix einer ist müde einer ist müde oder? ok einer hab ich bei A geholt warum bist du Mitte? warum bist du Mitte? geil ich bin stuck weinkeller ich seh sie geil ja nice alle da hallo schon ich guten Abendstein ich hoffe du hast bisher n schönen Tag gehabt und auch n schönes Wochenende gerade ist wieder wildes CS wir können ja bisher sehe ich gerade und ich bin einfach absolut scheiße geil halt so weißt du geil ein Sieg noch lass dir ein Messer komm und Fenster ok dann Jolo der hat du hast einen gewollt da durch hab ich auch gedacht Sven 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 Eines Oma im Apartment drin ja hab ich gesehen puh oh schöne laufen auch einer der ist im Auto zwei zwei im Auto lächerlich 50 oder wollte ich gerade sagen er ist unten im Weinkiller jetzt mit dem langlaufen oder Leute habe ich nicht gesehen ich glaube der war für nur links und nicht beim Weinkiller aber es ist auch egal ich glaube Puh Facetalk unten ja eins gegen eins easy game ja das ist eh in seinem mate ja der macht das jetzt ja ich glaube ich bin ein One-Tap ne das ist das das ist das schlechte von dir läuft zu langsam das ist das schlechte von dir nicht auf ihn zu rennen mit nach erstmal nachladen beim nach das ist einfach richtig einfach das gesicht geil ihr sind noch mehr gerankt was habt ihr denn und Mirkos geschwärt richtig wild jeder hat einen Erfolg ja heißt wallhack was habt ihr Silber Elite Sven Gegner sind nicht gerankt oder auch einer war Silber Elite ne ich glaube ich bin Silber 4 und Orange war Silber Elite hast du einen Stern drin Sven oder keinen Stern wie jetzt ins Maul Oh ne, Silber 4 Müsstest du sagen Ich bin Gold Nova 1 Och fein ey So Jungs, ich zieh durch Gold Nova 1 Alles klar, Nico Aber ist das noch ein Rang entfernt von euch? Zwei 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 Zwei